Ich würde auch sehr viel lieber über ein anderes Thema sprechen. Vielleicht über die Liebe des Christus zu seiner Versammlung. Und doch ist auch dieses Thema ein Bestandteil der Heiligen Schrift. Und vielleicht ist es möglich, dass dieses Thema einmal auszutauschen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn es in diesem Thema gibt es in der Schrift verschiedene Formen der Schrift. Und wir möchten uns zunächst beschäftigen mit der ernstesten Form der Schrift. Das bedeutet, dass Sie etwas sagen wollen über das hinaus tun der Schrift. Wir lesen da zunächst zwei Schriftstelle. Stattung der Schriftstelle von Stuttgart zu sehen. Zum nächsten Mal, das ist das Kultigabysik. 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 . Sphärgerin. Słyszy się powszechnie o przecięstwie między wami i to takie przecięstwie jakiego nie ma nawet między Poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Abyście zbili się w pyhę, zamiast się raczej zasmuzić i wykluczyć spośród siebie tego, co takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak, jakbym był obecny. Wy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mły z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zapracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym wniubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście psaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek, został opiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami, ale nie miałem na myśli przeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieczców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub plijakiem, lub grabieczcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, tewy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Znaczy zwały śledze, a u spotyje od akcent, teraz akcent jest znowu. Drugie miejsce z Mateusza, osiemnasty rozdział, od osiemnastego do dwudziestego wiersza. Mateusza, osiemnasty rozdział, od osiemnastego do dwudziestego wiersza. Za prawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Znaczy znowu, jeżeli zacznę na metr mówić o wyłączeniu albo wytaleniu, to chciałbym ten temat omówić na podstawie ośmiu różnych punktów. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić to, czy po co właściwie jest potrzebne wykonywanie karności? Na to pytanie chciałbym udzielić kilka odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to, że jest to konieczne z powodu świętości dołu Bożego. Wielką myślą, jaka przeciągnięta jest przez cały dom Boży, jeżeli chodzi o wykonywanie tej karności, to właśnie jest świętość. Jesteśmy w środę wieczorem przeczytali z psalmu 93.5. ostatnie zdanie Ale teraz przeczytajmy miejsce z Ezekiela, 43 rozdział, 12 wiersz. Takie jest prawo o świątyni. Cały obszar na szczycie góry wokoło ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo o świątyni. Jeżeli ten Bóg, który jest świętym, Zmierza się, aby zamieszkać wśród ludzi. A Bóg mieszka w swoim domu w Zgromadzeniu. To on może też i od tych, którzy w nim mieszkają, Oczekiwać, Że będą postępowali odpowiednio do jego świętości. A to, co nie odpowiada jego osobie i jego świętości. Jeżeli ten, który zło wykonuje, nie jest gotowy, aby się upokorzyć i wysłać je, To pomimo tego, że nam to tak ciężko przychodzi i tak bardzo nas to boli, Takie musi być wyłączone. Chciałbym ten grundsatz, Chciałbym jeszcze podkreślić, Na podstawie jest Starego Testamentu. Chciałbym jeszcze podkreślić, Na podstawie jest Starego Testamentu. Chciałbym jeszcze podkreślić. Jest wiele miejsc na ten temat, Ale tylko jedno. Chciałbym przeczytać. Od siedem muzyków, W czwartej Mojżeszowej, Piąty rozdział, Od pierwszego do trzeciego wiersza. W czwartej Mojżeszowej, Piąty rozdział, Od pierwszego do trzeciego wiersza. Od pierwszego do trzeciego wiersza. Od pierwszego do trzeciego wiersza. I tu Panu Mojżesza tymi słowy, Rozkaż synom izraelskim, Aby usunęli z obozu wszystkich tręgowatych, Wszystkich cierpiących na wyciek, Wszystkich, którzy się zanieczyścili przez zesknięcie ze zmarłym. Usuniecie zarówno mężczyznę, jak i kobietę poza obóz. Usuniecie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, Gdzie ja mieszkam pośród nich. Sie sollten also denjenigen, Der offensichtlich unrein war, Aus dem lager hinauszpróbować. A więc oni mieli tych, Którzy w sposób widoczny byli nieczystnymi, Usunąć z obozu, Aby cały obozu nie był zanieczyszczony. Das Gegenstück im Neuen Testament Haben wir in unserem Kapitel gelesen In Vers 6 und 7 von 1 Korinther 5 Przeciwstawienie do tego Czytaliśmy tego Nowego Testamentu Pierwszego do Korinthian 5 rozdziału 6 und 7 Wiersze 6 i 7 Wir haben in Vers 7 gelesen Wege den alten Sauerteig aus, Ob das hier eine neue Masse sein wird. Myśmy przeczytali w 7 wierszu Usuncie stary kwas, Abyście się stali nowym zaczynem. Die erste Antwort auf die Frage also, Warum wir zucht ausübeln ist, A więc to pierwsze pytanie Odpowiadające na to, Dlaczego mamy wykonywać karność Brzmi następująco. Wie ist nötig wegen der weinerhaltung Des disches bisher. Ist to konieczne z powodu Utrzymania w czystości Stołu Pańskiego. Eine zweite Antwort auf diese erste Frage. Drugą odpowiedzią na to pierwsze pytanie To to. Zucht wird auch nötig. Ta karność Ist z tego powodu konieczna Damit nicht Verunreinigende Auswirkungen Auf andere Stafländer Aby Zanieczyszczenie Nie miało również Zanieczyszczającego wpływu Na innych Das bedeutet, Wenn sie nicht ausgeübt wird A to oznacza, Że jeżeli ta karność Nie będzie dokonana Werden alle anderen Die mit einer solchen wersur Das brot brechen Davon bedrochen To również wszyscy inni Którzy z taką osobą Łamią chleb Również Będzie ich to dotyczyło Und eine dritte Antwort ist Trzecią odpowiedzią Jest następująca Dass die zucht Im Blick auf denjenigen Wer davon betroffen ist Zum heil dienen soll Ma mu posłużyć Ku oczyszczeniu Das heißt Zu seiner wiederherstellung To oznacza Ku ponownemu Jego przywróceniu Na to miejsce Das Ziel der zucht Im Blick auf den Einzelnen Ist also Seine Wiederherstellung A więc Celem karności W stosunku do Poszczególnych osób Ist Przywrócenie ich Powrotem Do społeczności Und ich möchte dazu Auch gerne eine stelle Aus dem Alten Testament Lesen I aby to wyjaśnić Przeczytajmy Jedno miejsce Ze Starego Testamentu Aus Sprüche 6 Przypowiedzi 6 rozdziału Wir lesen dort in Vers 23 Tam czytajmy Wierszu 23 Im zweiten Teil Drugie jego części Und die Zurechtweisungen Der Zucht Sind der Weg des Lebens Drogą życia Zaś są Napomnienia Do karności Das steckt sich Mit der Aussage des Apostels Paulus In Hebreia 12 A to pokrywa się Z wypowiedzią Apostała Pawła W Hebrajczyku XII Znale Wo er im Ja Gosp triangles Z. 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 damit die Verummeiligung aller anderen vermieden wird und drittens war das Ziel der Zug die Wiederherstellung desjenigen, die ein Aussagen wollen. Und drittens, das Ziel der Zug die Wiederherstellung desjenigen, die ein Aussagen wollen. Dann wollen wir uns den zweiten Punkt sprechen. A teraz zwróćmy uwagę na następny, drugi Punkt. Die zweite Frage lautet, wer übt diese Zug aus? Pytanie należy postawić następujące. Kto wykonuje tą karność? Nun, wir haben das sehr deutlich gelesen in Matthäus 18. Zobitnie o tym, żeśmy czytali w Matthäus 18 rozdział. Wir haben dort in Matthäus 18 gelesen, was irgend ihr auf der Erde wenden werdet, wer im Himmel gebunden wird. Cokolwiek byście związali na Ziemi, będzie związane i w niebie. Czyli wy. Ihr, das ist die Radliche Versammlung. Wie, to oznacza miejscowe Zgromadzenie. Bevor die Versammlung ins Leben gerufen wurde, am Tag der Pfingsten in Apostelgeschichte 2, zanim Zgromadzenie zostało powołane do życia w dniu zielonych zwiąt, hatten ausschließlich die Apostel eine solche Autorität. To wyłącznie Apostelowie posiadali taki Autorität. Denn in Matthäus 16 sagt er Jezus zu Petrus, was eben du auf der Erde wenden werdet, wer im Himmel gebunden wird. Die Apostel haben diese Autorität auch ausgült. Z.B. Petrus bei Ananias und Safira in Apostelgeschichte 5. Petrus hat die Sünde an dieses Ehepaar gebunden. Piotr związał ten Grzech z tym Małżeństwem. Und sie mussten sogar sterben. I oni musieli nawet umrzeć. Das war offensichtlich eine Sünde zum Tod. Z całą pewnością był to Grzech na śmierć. Der Apostel Paulus hat diese Autorität auch ausgült. Apostel Paweł również wykonywał tę Autorität. Er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 20, dass er Hymenaeus und Philebius dem Satan überliefert hat, auch das sie durch Zug und der Wiesel würden nicht hier rechtsland. Er sagt in 1. Timotheus in 1. Timotheus, in 5. Vers 20, dass er von Schatanem und Hymeneus und Hymeneus, dass sie durch Karni durch die Hymeneus und Hymeneus haben, dass sie durch die Hymeneus haben und Hymeneus haben, dass sie durch die Hymeneus haben und Hymeneus haben, dass sie durch die Hymeneus haben und Hymeneus haben. Und in unserem Kapitel 1. Timotheus 5 hat er auch schon beurteilt, diesen Hurer dem Satan zu überliefern zum Verwerben des Blattes. Er sagt in 1. Korin 5. dass er auch den Schötechniken überliefert hat, dass er auch schon beurteilt, diesen Hurer dem Satan zu überliefern. Aber die Apostel sind nicht mehr auf der Erde. Aber jetzt nicht mehr Apostel auf der Erde. Und wer hat heute die Autorität? Und wer hat heute die Autorität? Und wer hat heute die Autorität? Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Dasselbe haben wir in Johannes 20, wo in den Versen 19 bis 23 die Versammlung prophetisch vorgeschaltet ist, da wird gesagt, wenn irgendjemand die Sünden vergeben wird, dann sind sie vergeben. Und wenn irgendjemand die Sünden vergeben wird, dann sind sie vergeben. Es geht also um die administrative Verantwortung für die Erde Sünden zu vergeben. Das ist die verwaltende Macht auf der Erde Sünden zu vergeben. Das hat nichts zu tun mit der Vergebung der Sünden in Blick auf die Ewigkeit. Dann geht es ausschließlich um die Regierungswege Gottes mit den Gläubigen auf dieser Erde. Nein, es geht also um die droge, die Böse Böden führt, die hier auf der Erde zu vergeben. Und diese Autorität hat die Welt gesammelt. Und diese Autorität hat die Welt gesammelt. Abschließend zu diesem zweiten Punkt sage ich noch. Das wird nur im Blick auf den Apostel gesagt, der seine Autorität als Apostel getan hat. Für die Versammlung wird einfach gesagt, im letzten Vers von Kapitel 5, Du den Bösen von euch selbst hinaus. Das tun wir, nicht mehr und nicht weniger. W Die dritte Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, heißt, in welch einer Gesinnung üben wir diesen Zug aus? Wir lieben, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir haben in 1. Korinther 5 dazu einiges gelesen. Die Korinther waren noch nicht darüber belehrt, was sie tun sollten, wenn sich jemand als ein Böser offenbart. Aber wenn sie die Heiligkeit des Hauses Gottes und die Ehre des Herrn Jesus mehr berücksichtigt hätten, dann hätten sie darüber getroffen, dass der Jesus in ihrer Mitte so verunert worden war. Und der Apostel Paulus muss im Vers 2 sagen. A Apostel Paulus musiał w 2. Wierszu tak napominając, czy narzekając powiedzieć. Ihr seid aufgeblasen. Wyście się wzbili w pyel. Ihr habt nicht leid gedragen. Möge der Herr das nicht auch über uns sagen müssen. Oby tak nie było, aby Pan musiał to o nas powiedzieć. Wenn in unserer Mitte ein solcher Fall eingreifen würde, wenn in unserer Mitte ein solcher Fall eingreifen würde, wenn der Name des Herrn Jesus so verunert worden wäre, dass uns das tief empfindet, wenn einer von uns den Herrn so blüht, dass wir uns das nicht demütigen, dass wir uns das nicht empfindet, wir waren so unwachsam, wir haben so wenig die Geschwister vielleicht einbezogen in die praktische Gemeinschaft, Es ist uns nicht gelungen, örtlich die Geschwister so mit dem Herrn zu beschäftigen und sie so für ihn zu erwärmen. Nie udało się nam tych miejscowych wierzących tak bardzo rozgrzać serca dla Pana, aby jeszcze więcej się nim zajmowali, dass sie in eine Sünde gefallen sind, und einen Ausschluss nötig machen. Tak, dass jemand von ihnen in den Grzeg, der braucht eine Begründung, darüber kann man nicht gleichgültig entwickeln. Das kann man nicht kalt abhandeln. Tego nie można w sposób zimny i niewzruszony tak po prostu załatwić, wie in einer weltlichen Gerichtssitzung. Nie można tego załatwić, jak na światowym posiedzeniu Sądu, Apostel Paulus sagt in Vers 2, dass das in eurer Mitte geschehen ist, dass das in eurer Mitte geschehen ist. Wenn uns das nicht berührt in unseren Herzen, und ins Gefeet bringt, und uns nicht behert bringt, in dieser Dinge, die Jungen Trauer vor dem Herrn, dann handeln wir vielleicht de facto richtig, aber ohne in der Gesinnung des Herrn Jezus zu sein, als im Josua sieben Achan von der Beude gestohlen hatte, wenn wir in Josua sieben Achan von der Beude gestohlen hatten, dann muss Gott ihnen sagen, Israel hat gesündigt, und hat die Beude in ihren Zelten versteckt. und er schabe den Zerrten, den Zerrten, den Zerrten, in ihren Freundinnen, in den Zerrten von ihren eigenen Anfragen, in den Zeigernisierenden, in der wirklichkeit hat Achan sie in seinem Zerrten versteckt. Und in der Wahrheit hat Achan diese sie in seinem Zerrten versteckt. Aber das sehen wir wie Gott gehofft. Aber jetzt sehen wir wie Gott gehofft. Und wir schauen uns nicht, dass Beispiel Gottes fürchtige Männer Und nicht den Beispiel dieser Bibel von den Todesfamilien, als Beispiel für ihre eigenen Mitfamilien, die Gottesfamilien haben immer die Sünde des ganzen Volkes zu ihrer eigenen gemacht. Weil die Bibel von den Todesfamilien, der Todesfamilien, immer seine eigenen Mitfamilien, immer seine eigene Mitfamilien. Obwohl das Volk zündet hat, Mojżesz powiedział kiedyś, wymarsz mnie z Twojej Księgi. A przecież to nie on zgrzeszył, tylko lud izraelski. David macht auch die Sünde des Volkes zu seiner eigenen. David również przyjął den grzech ludu jako swój własny. Auch Ezra und Nehemiah und Daniel. Również Ezra, Nehemias und Daniel tak czy nie. Nehemiah sagt, ich und das Haus meines Vaters haben gesündet. Nehemiah mówi, ja i Dom ojca meines zgrzeszyliśmy. Und Daniel sagt, unser ist die Beschämung des Angesichts. A Daniel powiedział, przed naszym obliczem stało się to, co jest zastydzające. Wenn ein solcher Fall einbiet, jeżeli taki przypadek się zdarzy, dann lasst uns als Versammlung im Gebet unsere Schuldanerkennung vor dem Herrn bekennen und uns tief darunter doi. To my jako zgromadzenie głęboko uniszmy się w modlitwie przed Panem i naszą winnę wyznawajmy przez Panem. Und das haben wir auch in Matthäus 18, Vers 19 gelesen. I o tym, żeśmy czytali Mateusza 18, Różdział 19. Wierd. Nachdem eine solche Situation in der Mitte der örtlichen Versammlung aufgekommen war, gdy taka sytuacja powstała pośród Ludu Bożego, hat das die Brüder auf die Knie gebracht. Wenn zwei von euch übereinkommen werden über irgendeine Sache, und eine solche betrübliche Situation muss die Versammlung ins Gebeten. Tak, taka zasmucająca sytuacja musi skłonić zgromadzenie na kolana w modlitwie. Jetzt wollen wir uns der vierten Frage zuwenden. A teraz chciałbym przytoczyć to czwarte pytanie. Wie muss in der Praxis eine solche Suchthandlung ablaufen? Jak w praktyce ma być wykonywane postępowanie wykonywania karności? Zunächst muss klar sein, dass die böse Sache wirklich geschehen ist. Das heißt, die Versammlung kann nicht handeln aufgrund von Gerüchten und Spekulationen. Das heißt, zgromadzenie nie może postępować, wykonując karność, aufgrund von Gerüchten und Spekulationen. Die Versammlung sendet auch nicht detektive aus, um den einzelnen Narr zu spionieren und Dinge ans Licht zu bringen. Räumlich zgromadzenie nie ma wysyłać detektivów zadaną osobom, aby oni wyszpiegowali jego życie und ihre złe Dinge zu bringen. Nein, die Versammlung gehört dem Herrn Jezus. Das ist seine Versammlung. Nie, zgromadzenie należy do Pana Jezusa. To jest Jego zgromadzenie. Und wir können darauf vertrauen, dass er die Dinge offenbar macht. Und wir können darauf vertrauen, dass er die Dinge offenbar macht. Und solange sie nicht offenbar sind, warten wir darauf, dass er es tut. Und wenn er sie offenbar gemacht hat, und es wird klar, dass die Verunreinigung in unserer Mitte ist, dann muss die Angelegenheit sehen und behandelt werden. Das heißt, die Verantwortung der Versammlung tritt in Kraft, wenn die Dinge offenbar geworden sind. Und wenn sie ihre Verantwortung nicht entspricht, und ihre Schulden, dann wird sie schulden. Dann wird sie schulden. Dann wird sie schulden. vorbeise gla�f winningien�ization. Ich nennen noch einmal mit drei schwerpunkten diese Reihenfolge. Zuerst kann auch verborgen eine Verunreinigung Tuulie. Das erste ist also, die Verunreinigung ist da. Das ist ein bisschen zu sein. Das ist ein bisschen zu einem Wideran Schulz. Das ist ein bisschen zu einem Wideran Schulz. Und wenn sie dann diese Verantwortung nicht entspricht, ihn einfach toleriert, dann wird es zu einer Frage der Schuld. Also wir setzen jetzt voran, dass das Böse offenbar geworden ist. Der Herr ist offenbar. Jetzt müssen wir fragen, muss jedes Böse bei mir oder dir in Ausschuss geahnt werden? Natürlich muss nicht jedes Böse in Ausschuss geahnt werden. Natürlich muss nicht jedes Böse in Ausschuss geahnt werden. Aber jedes Böse kann sich dahingehend entwickeln, dass derjenige, der es ausübt und nicht einsichtig wird, zu einem Bösen wird. Und dann kann sich jede Sünde dahin entwickeln, dass es zu einem Ausschuss geht. Wir haben darüber in der Schrift keine Liste, die man wie in einem Gesetz ablesen kann. Wir haben nicht in der Schriftung geahnt. Wir haben nicht in der Schriftung geahnt. Wir haben nicht in der Schriftung geahnt. Auch in 1. Korinther 5 haben wir keine vollständige Auflistung aller möglichen Fälle. Wir haben Sinn zu役死 von den K 완�zise geahnt. Also in 1. Korinther 5 haben wir keine máximo zu开始 undต hardship gelegen. Zum Beispiel wird der Wörter dort nicht erwähnt, auch die gleichgeschlechtliche Liebe nicht, obwohl das mit Sicherheit böse Dinge sind, die hinausfüder werden müssen, die, 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 die wir verabschieden haben, müssen wir nicht verabschieden. Wir haben am ersten Abend, am Mittwoch gehört, dass nach dem 2. Johannesbrief auch einer, der eine böse Lehre bringt, nicht gewöhnt werden kann. Auch in der Woche haben wir gehört, dass der, der, der bunt und falschste Sprache, auch der in den Augen der Welt nicht zu verabschieden kann. Wir müssen also jeden einzelnen Fall im Wichtel des Herrn in Weisheit sehen. A więc każdy pojedynczy przypadek musimy w świadłości naszego Fala w miłości oglądać. Bleiben wir mal bei diesen beiden Hauptrichtungen bei den Südrich-Moranischen Größen und den falschen Lehrern. Ich sage besser bei der Elir. Nauce błędnej. Ein Fall von Murerei ist also aufgeblieben. A więc wystąpił przypadek przeteczeństwa. Oder jemand, der wirklich eine Elir verkündigt. Albo wystąpił przypadek kogoś, który w Zgromadzeniu zaczął głosić błędną, złą naukę. Dann werden sich Brüder aus der örtlichen Versammlung mit demjenigen beschäftigen, bei dem sich diese Dinge gezeigt haben. Und ich möchte wieder eine Stelle aus dem Alten Testament hinzufügen, um zu zeigen, dass der Grundsatz Gottes immer derselbe ist. Und ich möchte, dass der Grundsatz Gottes immer noch so ist. Und ich möchte, dass der Grundsatz Gottes immer so ist. Wir schlagen 5. Mose 13. und heute Vers 12 bis 15. 5 Mora 13, 12-15 a caux Israel usłyszy i zlęknie się, aby już nie popełnić u siebie tak złego czynu jak ten a jeśli byś usłyszał, że w jednym z twoich miast, które Pan Bóg twój daje ci na mieszkaniu, mówi się weślij mężowie nie go dziwić spośród ciebie Wir haben dort gelesen, dass wenn eine böse Sache in Israel aufgekommen war, wenn es die Sache fest stand, wenn es Wahrheit war, und nur dann könnte das Gericht vollzogen werden. Und das können wir sehr gut übertragen, nach unserer Zeit. Also Brüder mit geistlichem Unterscheidungsvermögen gehen dorthin. Das ist noch eine Aufgabe des ältesten Dienstes. Es geht nicht jeder hin. Damals in Israel konnte nicht das ganze Volk zu diesem einen Mann gehen. Und die Brüder bekommen bei diesem Besuch ein Urteil. Und dann wird dieses Urteil der Versammlung vorgelegt. Die Brüder handeln also nicht in eigener Autorität. Sie haben keine. Die Brüder handeln nicht in eigener Autorität, weil sie dieses Urteil nicht haben. Sondern sie legen diesen Fall der Versammlung der örtlichen Versammlung vor. Wie legen sie diesen Fall der Versammlung? Wie legen sie diesen Fall der? Sie stellen ihn so dar, dass die Geschwister der Versammlung die notwendigkeit zur Ausführung der Sucht erkennen und einsehen. Die Versammlung soll das Urteil fern. Sie soll entscheiden. Das kann sie aber nicht. Wenn ihr die Dinge nicht so überzeugend vorgestellt werdet, wie es möglich ist. Wenn sie diese Dinge nicht in einem Art von der Versammlung vorgestellt werden, wie es möglich ist. Das ist eine sehr wichtige Seite in der Ausführung der Sucht. Wir können also nicht als Brüder einfach aufreden. Und den geschehenen Fall vielleicht noch nicht einmal deutlich nennen. Vielleicht nur noch schwer vorstellen. Wir können nur diesen Fall, der passiert in einer Art von der Versammlung, in einer Art von der Versammlung, in einer Art von der Versammlung, mit der Empfehlung, es muss ein Ausschuss erfordern. Wenn ich sage noch einmal. Ich beweist das wie bei den Brüdern, um es der Versammlung so vorzustellen, dass sie Ja sagen kann zu diesem Vorschlag. Das gibt es sehr schmutzige Sachen. dass nun die Brüder jedes Detail, jede einzelne schmutzige Seite dieser Sache nun vor den Geschwistern ausbreiten. Aby, Brüder, z tej brudnej rzeczy każdą najmniejszą cząsteczkę, każdy Detail, wszystko dokładnie wykładali. Und dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit. Und dann kommen wir zu weiteren Angelegenheiten im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit. Aber es gibt sehr komplizierte Fälle. Und dann brauchen wir das andere Zeit. Wir müssen nicht denken, das muss innerhalb von 48 Stunden erledigt sein. Um denjenigen so früh wie möglich loszuleben. Und dann kommen wir zu den Ablauf einer solchen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit. Und dann kommen wir zu den Ablauf einer solchen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit im Blick auf den Ablauf einer solchen Angelegenheit. Aber es wird noch nicht zu einer Frage von Schuld. Aber es wird noch nicht zu einer Frage von Schuld. Und jetzt kommt eine weitere wichtige Angelegenheit, ein weiterer wichtiger Punkt in dem Ablauf. Ich möchte diesen Punkt zugeschreiben. Jede geistliche Stimme muss gewöhnen. Jede geistliche Einwand muss beachtet werden. Und da die Versammlung bindet, ist du liebe Schwestern genauso angesprochen wie ihr Bruder hier vorne. Es ist keine Formsache, wenn die Brüder es der Versammlung vorlegen. Und jeder muss sich diese Verantwortung stellen, die er jetzt in diesem Augenblick mittragen muss. Und wenn ein geistlicher Einwand der Volk ist, müssen die Brüder diesen Einwand nachdenken. Und wenn dieser geistliche Einwand von auswärts kommt, von einer anderen Versammlung, was ist dann zu tun? Und wenn dieser Einwand nachdenken wird, wenn dieser Einwand nachdenken wird, dann kann man dann sagen, du hast in unsere öffentliche Angelegenheit nicht hineinzureden, du kommst ja nicht hier in Katowice zusammen, du gehst ja woanders hin. Kann man das so behandeln? Ich zitiere einmal Bruder David zu dieser Frage. Und wenn dieser Geistliche Einwand von auswärts kommt und abgelehnt wird, wenn dieser Geistliche Einwand nachdenken wird, ist das eine Leugnung von der Wahrheit über den Einwand. Dann ist das eine Leugnung von der Wahrheit über den Einwand. Und genau so ist es. Wir müssen also sehr wohl auch auf Stimmen hören, die von auswärts kommen in einer solchen Frage. Und was meine ich mit einem geistlichen Einwand? Das ist eine Stimme, die mit dem Wort Gottes seinen Einwand betrachten kann. Das ist nicht eine fleischliche Sympathie-Kundgebung für den Betroffenen. Eine solche Stimme darf nicht nachgeben werden. Das kann sein, aber es kann sich passieren, dass nach einer gewissen Krise von vielleicht einigen Wohlen, dass in der Zusammenarbeit keine Übereinstimmung ist bezüglich dieser Zuchthandung. Das ist eine Frage. Ich möchte zwei Grundsätze damit überwinden. Erstens darf die Versammlung nicht handeln nach einem Mehrheitsgefühl. Das ist Politik in der Versammlung. Das kann nicht nach demokratischen Grundsätzen gerade werden. Das kann nicht nach demokratischen Grundsätzen gerade werden. oder nicht nach einem möglichen Grundsätzen gerade werden. Die zweite Gefahr ist, dass man nur dann ausschließen kann, wenn alle einfachen sind. Wenn alle einigermaßen sind. Wenn alle einigermaßen sind. Wenn alle einigermaßen sind. Das kann nicht nur sein. Das würde für die Praxis bedeuten, dass in der Regel niemand mehr ausgeschlossen werden. Vielleicht deshalb war ein nahe Verwandter des Betroffenen. Vielleicht nur aus dem Grundsatz, dass es ein Freund der Familie ist. Einfach sagen. Einfach sagen. Einfach sagen. Einfach sagen. Einfach sagen. Aber er zeigt ihn sympathisch. Weil er ist für ihn sympathisch. Und ich möchte das gerne aus dem Schrift zeigen. Ich möchte das gerne aus dem Schrift zeigen. Ich möchte das jetzt aus dem Schrift zeigen. Wir lesen in 2. Korinther 2. Ich möchte das jetzt aus dem Schrift zeigen. Wir lesen in 3. Korinther 2. Wir lesen in 2. Korinther 2. Wir lesen in 2. Korinther 2. Wir lesen in 4. Korinther 2. Wir lesen in 7. Das ist eine solche die Verwaffe, die von den Pädten sind, ist genug für 6 und 7 Anfangen. Drugi list do Zorientian, drugi rozdział, szósty i siódmy wiersz. Uwaga, na dole naszej niemieckiej Biblii mówi do tego, to jest w naszym tłumaczeniu większość, a w niemieckim tłumaczeniu jest użyte słowo wielu. To znaczy właśnie to, jak my mamy napisane, przez większość, albo przez gro zgromadzenia. A więc jeżeli większość zgromadzenia, doszła do przekonania, że ma odbyć się to wyłączenie, to nie może już teraz nieduchowy głos pojedynczy powiedzieć NIE. Za wyjątkiem takiego przypadku, że tym pojedynczym głosem będzie głos duchowy. I jeszcze inna sytuacja, która nie ja nie mogę teraz ją teraz zmyślają, ale sytuacja, która bardzo często w praktyce występowała. Jeżeli zgromadzenie w sprawie właśnie wykonania tej karności jest całkowicie rozwojone. Jeżeli wyraźnie widać, że zgromadzenie rozgwoiło się na dwie dnie, to jednak chciałbym do tego powiedzieć następująco, to w takim przypadku to zgromadzenie jest niezdolne do wykonywania karnolskina. Nie może wtedy postępować, co należy uczynić. Musimy oczekiwać, co Pan wskaże, nawet jeżeli to będzie długo spało, aż serca wszystkich w tej sprawie zjednoczą się na podstawie Słowa Bożego. Jeszcze inna uwaga dotycząca przebiegu. Bardzo często powstają pytania. Ależ przecież ten, którego się dopuścił, już pochutował za to, czy jednak pomimo tego musimy go wyłączać? Tego pytania nie można odpowiedzieć tak po prostu tylko mówiąc tak albo nie. Są takie przypadki, że to wyłączenie pomimo dokonanej pokuty i wyznania przez daną osobę musi być dokonane. Możemy na przykład zauważyć, że w 1 Kor. 5, w tym kapitel, w którym w tym pierwszym iście do Kor. 5 rozdział, gdy to wyłączenie tak dokładnie jest odpisywane, nie ma ani jednego sprawa wymienionego na temat pokuty. Jeśli chodzi o tę sprawę pokuty, to pokuta musi być bardzo dokładnie brana pod uwagę, jeżeli chodzi o przywrócenie danej osoby do społeczności. Bo przy konieczności dokonania wyłączenia sprawa pokuty wcale nie jest na pierwszym miejscu postawiona. Bo my musimy wyłączać z powodu tego, że świętość Domu Bożego została naruszona. I tak weźmy pod uwagę ten przypadek z pierwszego listu do Kor. 5 rozdział, völlig unapiennie davon, ob diese Person buze getan hat, całkowicie niezależnie od tego, czy Dana odputowała, czy nie, steht geschrieben, dass diese Tat, die er also verübt hat, so schwerwiegend war, dass er auf jeden Fall hinauszgesetzt werden. Tu jest napisane, że ten czyn, którego się dopuściła, jest tak wielki, że niezależnie od tego, czy pokutuje, czy nie, musi być wyłączony. I do tego chciałbym przeczytać jeszcze z 2 Samuelowej, 12 rozdział, eine parallele vorstellung. Miejsce porównywalne przedstawi. I 2 Samuel, 12, ich will das nicht alles erwähnen, David war eine schwere Sünde mit Quartsever, do Pani. Nie chcę tego tutaj wszystkiego czytać, ale chodzi tutaj o to, że 2 Samuelowej, w 12 rozdziale, opisane jest, jak David, popatrz w księtski grzech z Betrzewą. Und in vers 13, gibt er ein eindeutiges bekenntnis, ab er hat muze getan. A w wierszu 13 tego rozdziału, czytamy, jak on składa tutaj to witne świadectwo, że on pokutował. Er sagt, ich habe gegen Jehova gesündigt. On tutaj mówi, zgrzeszyłem wobec Pana. Und Nathan, der Prophet, sagt ihm, Jehova, hab deine Sünde, nie wegetan. A Nathan, Prorok, odpowiada mu, Pan również odpuścił swój grzech. Also, er hat puze getan. A więc on pokutował. Gott hat ihm vergeben. Bóg mu przebaczył. Und trotzdem, a pomimo tego, mussten die Folgen im Blick auf die Regierungswege Gottes wie ihm gebraren werden. Jednak on musiał ponosić konsekwencje swojego postępowania to, co było postanowione w tych Bożych drogach dotyczących jego życia. I to jest napisane w wierszu 14. Weil du aber den fejden Jehovas durch diese Sache anlass zur lästerung gegeben hast, so wird der Sohn sterben, der geboren wurde. Ponieważ jednak czymem tym zbezcześciłeś Pana, że to Syn, który Ci się urodził, musi umrzeć. Also trotz puze und vergebung von Seiten Gottes, a więc pomimo pokuty i przebaczenia już ze strony Bożej, muß die Versammlung trotzdem noch handeln, weil diese unreinheit in ihrer Witte den Herrn zu sehr verletzte. to Zgromadzenie musi zacząć działać, bo tak bardzo świętość Pana została naruszona z Jego środku, Zgromadzenie. Und weil der uns umgebenden Welt, den Weltmenschen, aber auch z tego powodu, dass das die Welt durch diese geschehenen Sünde eine Ursache gegeben wurde zu liste. Przez ten dokonany czym dali byśmy im nie działanie w tym względzie, nie wyłączenie, dali byśmy im powód do zniesławiania Pana. Also ich denke, wir haben gelernt, dass es felle geben kann und gibt. Und dann möchte ich eben noch eine weitere Frage in Verbindung mit dem Ablauf kurz behandeln. Ich möchte noch jemanden ausziehen, der sich schon früher von uns freiwillig abgewandt hat. Ich will das anschaulich vorstellen. Ja chciałbym to przedstawić na podstawie przykładu. Heute meldet sich jemand von uns ab und sagt, ich werde nicht mehr in die Sammlung kommen, ich möchte euch verlassen. Na przykład dzisiaj ktoś w sposób jawny widoczny czy listem czy ustnie zgłosi się, że nie chce już z nami łamać chleba. Einige Monate später kilka miesięcy później fällt diese Person in eine offensichtliche Wurrei. Dana osoba wpada w jawne z w czy czy nie w 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 Eine andere Situation, es kann sein, die Sünde der Hurerei wird bei jemandem offenbar. Also er hat in dieser Weise gesündigt in der Zeit, wo er noch mit uns das Brot gebrochen hat. Und die Brüder wollen sich mit dieser Person beschäftigen, sie besuchen sie, und jetzt sagt diese Person, ich melde mich ab, ich werde eure Zusammenfüste nicht mehr besuchen. Muss der Ausschluss noch erfolgen? Ich denke, ja. Ja. Ja myślę, że tak. Denn diese Verunreinigung hat stattgefunden in der Zeit, als er noch bei uns war. Wir müssen also unterscheiden von Fall zu Fall. A więc my musimy zawsze to wszystko osądzać i odluzniać, w zależności od danego przypadku. Wenn es um falsche und böse, wenn es um böse Lehren geht, um Erlehren. Jeżeli chodzi o błędne nauki, o złe nauki. ist die Angelegenheit noch schwieriger. To cała ta sprawa staje się jeszcze trudniejszą. Vielleicht müssen wir dann fragen, inwieweit von dieser Person noch Einflüsse ausgeübt werden auf unsere Geschwister. Vielleicht müssen wir dann fragen, inwieweit die Einflüsse dieser Person wird die Einflüsse in unserer Geschwister. Außerdem wird bei einer solchen Erlehre die Entwicklung länger angedauert haben, bis man letztlich sich als ein solcher erweist. Man wird nicht von einem Tag zum anderen Erlehre. Bo przecież nikt z dnia na dzień nie staje się roznosicielem błędnej nauki. In der Regel hat man sich mit diesen Linien länger beschäftigt und beschmoczt. Z reguły jest tak, że ktoś przez dłuższy okres czasu tymi rzeczami się zajmuje bis sie schließlich offenbar werden. Aż w końcu się objawi. Und es könnte sehr unmöglich sein, zu einer klärung des Falles noch einen Ausschluss konzieren zu müssen. I w końcu może być, i to konieczne, aby w celu wyjaśnienia całej tej sprawy oczyszczenia dokonano wyłączenia. Da möchte ich vor der Pause noch einen Gedanken näusern. Und das spielt schon hinein in den fünften Punkt, den wir dann nach der Pause behandeln wollen. A ta myśl już łączy się z piątym Punktem, który będziemy rozważali po przerwie. Wenn ihr etwas aufgepasst habt jetzt in dieser Zeit, ich hoffe, dass... Ja mam tylko nadzieję, że przez cały ten okres czasu żeście dobrze uważali. Dann habt ihr gemerkt, dass ich immer von einer solchen Person gesprochen habe. To żeście na pewno zauważyli, że ja ciągle na nowo mówiłem o jakiejś osobie. Ich hab nie von einem Bruder gesprochen. Ja nigdy nie powiedziałem, że będzie to brat. Warum nicht? Weil die Schrift in 1 Korinther 5 sagt, Bo Pismo w tym 1 Lisie do Korinthian mówi, dass es sich um einen solchen handel, der Bruder genannt wird. Dass es wirklich einer ist? Das weiß man nicht. Tego nie wiemy. Und dieses Kapitel wählt auch diese Ausdrucksform Der Apostel Paulus sagt, einen solchen. Und Apostel Paulus tutaj mówi, takiego. In Vers 5. Er sagt nicht diesen Bruder. On nie mówi tego Bratam. Warum sagt er es nicht so? Dlaczego on tak nie mówi? In Vers 11 am Ende nochmal, einen solchen. 11 am Ende. Wierszu 11 pod koniec też tak samo mówi, z takim. Z takim. Ihr Lieben. Wenn wir offenbar werden als ein Böser. Oumiłowani. Jeżeli ktoś zostanie objawiony jako zły. Dann haben wir durch die Tat, die wir begangen haben. To my przez ten czyn, który żeśmy popełnili. Nicht bewiesen, dass wir gläubig sind. Nie udowadniali tego, że jesteśmy wierzącymi. Ganz im Gegenteil. Nie, w przeciwności do tego. Das, was wir getan haben, ist eigentlich kennzeichnet für einen ungläubigen. To, co żeśmy uczynili, to jest rzeczą charakteryzującą osoby niewierzące. Der wirklich wiedergeburte Mensch tut diese Dinge eigentlich nicht mehr. Bo w zasadzie nowonarodzony człowiek nie czyni takich rzeczy. Wir haben also nicht bewiesen, dass wir derjenige sind, wie wir es bekannt haben. Myśmy tego nie udowodnili, że jesteśmy takimi, za jakich nas uważano. Unsere Tat hat eigentlich unser wekenntnis blöden bestraft. Mianowicie, nas czyn zaprzeczył naszemu weznaniu. Nun, dieser Mann von 1 Korinther 5 war ein Bruder. Woher weiß ich das? Skąd ja to wiem? Weil es in 2 Korinther 2 zu seiner Wiederherstellung kommt. Bo mamy opisane w 2 liście do Korinthian w 2 rozdziale, że dochodzi do jego przyłączenia do społeczności. Wenn es aber nicht zur Wiederherstellung kommt. Ale jeżeli nie dojdzie do przyłączenia do społeczności. Bis zum toden eines solchen Menschen. To aż do śmierci takiego człowieka. Fehlt für uns der Beweis, dass es ein Bruder war. Brakuje nam dowodu, że taki człowiek był bratem czy siostrom. Wenn es ein Bruder war. Jeśli to był Brat. On nie pójdzie na potępienie. Sondern sein Geist wird errettet am Tage des Herrn Jezus. So steht es hier am Ende von Versen. Ale duch jego będzie zbawiony w Dzień Pański. Tak jest napisane w 5 rozdziale pod koniec 5 wiersza. Es sind also fele denkbar und möglich. A więc są takie przypadki, które są możliwe. Das hat sich auch in der Praxis erwiesen. I to niestety w praktyce się też okazało. Dass solche Menschen bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr zurecht gekommen sind. Że niektórzy tacy ludzie aż do końca swojego życia nigdy się nie opamiętali. Und dann müssen wir das urteilen ob er errettet war den Herrn überlassen. I wtedy my ten osąd czy on był zbawiony musimy zostawić Panu. I on to we właściwy sposób osądzi. Ale my sind vorsichtig und handeln wie die Schriften sagen. Ale my musimy być ostrożni i musimy postępować tak, jak nam mówi Pismo. I tak długo nie będziemy go nazywali bratem. bis er es durch seine wiederherstellung bewiesen hat. Zanim on poprzez swoją pokutę i przyłączenie do stołu pańskiego nie udowodni tego, że rzeczywiście jest bratem. Den fünften punkt zuwenden. Teraz zwróćmy uwagę na piąty punkt. Welche Auswirkungen hat wykonanie tej Tarnolstu? Ich möchte die Auswirkungen unterteilen in die Auswirkungen für die Versammlung im Allgemeinen, für den ganzen Leib. Und in die Auswirkungen im Blick auf die einzelne Folie. Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit den Auswirkungen, die ein Zug für den ganzen Leib hat. Zajmij z się najpierw skutkami, które dotyczą całego Ciała. und dazu möchte ich noch Matthäus 18, Vers 18 anführen. I w tym celu jeszcze raz chciałbym przytoczyć Mateusza 18 rozdział 18 wiersz. Wir haben gelesen, was irgendwie auf der Erde beten wird für den Himmel geboten sein. Das heißt also, dass das hinaus durch die örtliche Versammlung im Himmel anerkennung findet. To oznacza, że te wyłączenie znajdzie również i uznanie będzie uznane w niebie. Und wenn es im Himmel anerkennung findet, dann findet es auch auf der ganzen Erde anerkennung. Wenn der Jesus es anerkennt, als das Haupt des ciała zgromadzenia, dann muss es auch der ganze Leib anerkennen, der auf der Erde ist. To muss es auch auch der ganze Leib anerkennen, der auf der Erde ist. Das heißt mit anderen Worten, die örtliche Versammlung handelt stellvertretend für den ganzen Leib. Miejscowe zgromadzenie w imieniu całego ciała. Genauso wie eine Zulassung durch eine Radliche Versammlung weltweit anerkennung findet? Dokładnie tak samo, jak i dopuszczenie do stołu przez miejscowe zgromadzenie znajdzie na całym świecie we wszystkich zgromadzeniach widmet auch das hinaus tun durch die versammlung weltweit anerkennung. wir lesen wir lesen in 1 Korinther 12 vers 27 wir lesen wir lesen wir lesen wir lesen dass dem Korinther gesagt wird ihr aber seid Christi Leib. Die Korinther waren nicht der Leib Christi. Korinthianie nie byli tym ciałem Christus aber sie waren die örtliche darstellung von dem ganzen Zeit. aber sie byli dem miejscowym zobrazowaniem tego ciała. Und was meint ihr derjenige derjenige 1 Korinther 5 muss er nur in Korinther oder auch in Thessalonich in Aten oder in Philippi er war überall hinaus. Wenn wir das unbeachtet lassen und als örtliche versammlung jemand aufnehmen der in eine andere örtliche versammlung hinausgegangen worden ist dann dann nehmen wir den Standpunkt der offene und wisst ihr was das in der Praxis bedeuten würde? Wenn die Besammlung Katowice jemand ihn raustun müsste und die Brüder in Orzeszu würden ihn aufnehmen dann würden die Geschwister die zu besuch in Orzeszu bei einem Sonntag mit demjenigen das Brot brechen den sie hier hinaus der dann Orzeszu dann das Katowice wird dann dem das das ist das mit dem das ein so das das ist Ein solcher Ausluss hat auch Auswirkungen im Blick auf den einzelnen Gordeln. Auf dich und dich. Das haben wir in 1. Korinther 5 gelesen ab Vers 7. Es ist interessant, dass wir keinen Ruhlgang haben können mit einem Hurer und einem Absüchtigen und Schöpfendiener und Räuber usw. Dass wir mit einem solchen selbst nicht einmal essen. Nun, was meint das Wort Umgang? Das müssen wir darunter verstehen. Was bedeutet, dass wir keine freiwillige Gemeinschaft mehr mit ihm leben? Das bedeutet, dass wir nicht mit ihm gelesen können. Nachdem er ihn ausgetan worden ist, dass wir ihn auch nicht mehr suchen. Und wir laden ihn noch nicht mehr ein. Und wir laden ihn noch nicht mehr ein. Und wir laden ihn noch ein. Die Bemühungen der Versammlung um ihn waren nicht ausreichend. Ich muss mich jetzt noch um ihn bemühen. Dann ignorierst du das Urteil der Versammlung. Dann ignorierst du das Urteil der Versammlung. Und erläufst die Zuchthandlung der Versammlung. Und unikasz tej karności Zgromadzenia. Das ist eine ganz karni. Und wer das tut. Und wer das tut. Und auch die Belehrungen der Versammlung nicht hört. Und wer dieses Verhalten einzustellen. Und wer dieses Verhalten muss unter Umständen auf den selben Boden gestellt werden. Wie der ausgeschlossen. Wir geben diesem Mann auch nicht die Hand. Warum nicht? Denn im Galaterbrief wird gesagt, dass das geben der rechten Hand ein Ausdruck der Gemeinschaft ist, die wir mit ihm haben. Man kann sich sicherlich ja suchen. Man kann sich sicherlich ja suchen. Man kann sich sicherlich ja suchen. Und das ist dadurch verhindert worden. Und viele właśnie. Wysiłkungen, aby. Wiesiłkungen. Wiesiłkungen. Aby. Wiesiłkungen. Das der einzelne Gleudige. Konsequenzen. Nicht wahr. Dass. Jacyś. Pojedynczy. Wierzący. Nie. Wzięli. Na siebie. Tich. Konsequencji. Wytkonywania. Es ist zum Schaden desjenigen, der hinausgegangen wird. A w Dodanku, było to dla Schkodet tego, który został wyłączony. Weißt du, wie er dein verhalten deutet, wenn du immer noch kontakt zu ihm bringst? Er sieht in dir jemand, der mit dem Urteil der Versammlung nicht einverstanden ist und ohne dass du es willst, und sogar ohne deine eigenen Willen unterstützt du diesen in seinem Bösenzum. Ich denke, dass wir auch diese Auslegung im Blick auf den Einzelnen nicht lassen sollen. Ich denke, dass die Karnoßigkeit, die wir uns selbstverständlich, müssen wir viel bewahrt. Ich muss bei diesem Punkt noch recheln kommen auf Familienbeziehungen, die zu dem Ausgeschlossenen bestehen. Der Ausschluss erfolgt nicht aus der Familie, sondern aus der Versammlung. Das bedeutet, dass Familienbeziehungen nicht aufgelöst werden. Sollte meine Frau oder einer meiner Kinder ausgeschlossen werden, ich hoffe nicht, dass das hier passiert. Dann bleibt meine Frau immer noch meine Frau. Und mein Kind bleibt nach wie vor mein Kind. Und es wäre christlicher fanatismus. Und es wäre es, wenn ich meine Frau von Tisch und Bett trennen würde. Wenn ich meine Frau von Tisch und Bett trennen würde. Wenn ich meine Frau von Tisch und Bett trennen würde. Aber auch diese Beziehungen sind nicht aufgelöst. Warum bleiben Sie uns unterdrückt? Warum? Ich werde einem ausgeschlossenen Familienangehörigen nicht mehr in Angelegenheiten der Versammlung vortragen und mit ihr besprechen. Ich werde davon ausgeschlossenen. Davon ist sie ausgeschlossenen. Lass uns auch in diesen Beziehungen behandeln. Und auch in diesen Beziehungen behandeln. Wollen wir uns im sechsten Punkt zuwenden. Was betrifft die Wiederzulassung des Ausgeschlossenen. A ten Punkt dotyczy powtórnego przyjęcia tej osoby verłączonej. Zunächst wollen wir die Frage klären. Najpierw wyjaśnijmy taką sprawę. Ob es eine Sünde gibt, die eine Wiederzulassung unmöglich macht. Ich glaube aus der Schrift sagen zu können, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Es wird wohl keine Sünde geben. Es wird wohl keine Sünde geben. Wenn ein Mensch in der Fall ist, dass das nicht der Fall ist. Eine Wiederzulassung unmöglich macht. Und damit bei diesem Ausgeschlossenen nicht möglich ist. Nun entsteht oft die Frage, wie erkennt die Versammlung den Zustand des Ausgeschlossenen. Wir können ihn ja nicht besuchen, um ihn noch zu belehren. Wir können ihn ja nicht besuchen, um ihn noch zu belehren. Wir können ihn ja nicht besuchen, um ihn noch zu belehren. Wir können ihn ja nicht besuchen, um ihn noch zu belehren. Wir können ihn ja nicht besuchen, um ihn noch zu belehren. Denn derselbe Herr, dem die Versammlung gehört, dieser Herr hat die Sünde offenbar gemacht, den Herr die zum Ausschluss führen mussten, und derselbe Herr ist auch in der Lage, es den Brüdern offenbar zu machen, dass sich wirkliche Demütigung und Beugung bei demjenigen vorfinde. Ein sehr gutes Zeichen ist unter anderem, wenn diese Person die Zusammenkünfte, ich meine damit vornehmlich die Wortverkündigung und die Wortbetrachtung aussieht. Dadurch zeigt er ein Interesse an Gottes Wort. Und nichts kann jemand mehr überführen, wenn er seinerseits auf jeden Bruder oder jede Schwester zugehen würde, um ihn zu begrüßen oder freundlich um die meisten waren. Wenn er es aber vermeidet, wenn er das nicht tut, ist das ein Wundher. Und wenn die Brüder der Versammlung empfindet, dass er sich gewollt hat, der Herr zeigt es ihnen, was es in der Augen war. Wenn die Brüder der Versammlung empfindet hat, wenn sie nicht mehr als Wundher kommen, dass sie sich fast haben, dann müssen sie nicht mehr als Möglichst üblich bleiben, dass sie sich nicht mehr als Möglichst üblich bleiben müssen, dass sich etwas in dieser Person zu ändern, dass sie sich nicht mehr als Wundher werden, dass sie nicht mehr als Wundher geben müssen, dass sie nicht mehr als Wundher werden sollen. Er sagt zu ihnen in Vers 7, dass sie vergeben sollten, und dann müssen sie sie zu sehen. Er sagt, dass sie ihn nicht auszulernen, dass sie ihn nicht durch Überlegung der Ungarnung verbreitet werden sollen. Er sagt, dass sie ihn nicht so gut machen können. Er sagt, dass er nicht so gut ist. Aber Apostol Paweł sagt, dass sie Liebe gegen ihn zu erinnern können. Er sagt, dass sie ihn mit ihm verbreitet werden. Er sagt, dass sie ihn mit ihm verbreiteten. Er sagt, dass sie ihn mit ihm verbreiteten. Und einen solchen Gang, wenn der Eindruck entstanden ist, dass die Zeit dafür reif ist. Ihm von Seiten der Versammlung suchen. Aber das macht nicht ein einziger Bruder, unabhängig von den Schülern. Das ist wieder eine Angelegenheit der Versammlung. Und bevor diese Person jetzt nicht wieder aufgenommen worden ist, bleibt er aufgesetzt. Das heißt, wir als Läubiger haben so lange kein Umgang mit ihm, bis er wieder zugelassen ist. Das bedeutet, dass wir als Läubiger haben, keine Kontakt zu dieser Person, bis er wird verabschiedet. Und jetzt warn mich vor einer Gefahr. Es gibt immer wieder den Gedanken. Wenn doch Gott ihm schon längst vergeben hat, dann kann ich ihm doch auch vergeben. Wenn Gott ihn schon lange verabschiede, dann kann ich ihn verabschieden. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen der Vergebung von Seiten der Versammlung. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen der Vergebung von Seiten der Versammlung. Und wenn er erst vergebung in den Augenblick, wo er wieder zugelassen wird. Das wird sehr klar aus 2 Korinther 2. Der Apostel Paulus sagt nämlich, in Vers 10, wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Das heißt, bevor ihr als Versammlung ihn mich wieder aufgenommen habt, kann ich ihn verabschieden. Das kann ich ihn verabschieden. Das kann ich ihn verabschieden. Das kann ich ihn verabschieden. Selbst der Apostel unterscheiden sich den Vergebung von der Vergebung in Korinther. Obwohl er den Eindruck hatte, dass die Versammlung in Korinther schon etwas früher mit ihm wieder hätte handeln können, dass das Vergebung in Korinther schon etwas früher mit ihm wieder hätte handeln können, wenn er den Vergebung nicht vorhandeln kann, dass er nicht vorhanden ist, dass er nicht vorhanden ist, dass er nicht vorhanden ist, sondern vorhanden ist, als er zu verabschieden wird. Das war noch ein schwerer Fall im 1. Korinther 5. Dieser Mann hatte seine Schwartes Frau genommen. Und doch schreibt der Apostel den Korinther etwa ein Jahr später. Vielleicht war das noch ein Jahr. In einem zweiten Brief. Aber Apostel schreibt in Korinther in seinem 2. Korinther 5. in einem Jahr, dass sie ihn wieder aufnehmen möchten, dass sie ihn wieder aufnehmen möchten. Wir würden denken, das muss aber doch erst mal Jahre lang dauern. Wir würden denken, das muss aber doch erst mal Jahre lang dauern. Das muss es nicht. Wir erkennen, dass wenn wirkliche traurigkeit und buze und demütigung vorhanden ist, ein solcher Zustand nicht Jahre lang dauern muss. Die Versammlung in Korinther konnte ihn jetzt wieder lösen. Ich spreche mit Matthäus 18, Vers 18. Ich spreche mit Matthäus 18, Vers 18, Vers 18. Das heißt ihn von der Sünde freispringen. Und ihn wieder aufnehmen. Und ihn wieder aufnehmen. Und ihn wieder aufnehmen. Und ihn wieder aufnehmen. Jetzt geht es noch mit einem siebten Punkt. Was ist zu tun, wenn die Versammlung eine fiederhafte Zuchtanlung ausgibt? Was ist möglich? Was ist möglich? Was ist möglich? Ja. Die Versammlung ist nicht unfehlbar. Es kann sein, dass die Versammlung jemand unberechtigter Weise hinausgeht. Wenn die Versammlung so handeln sollte, verliert sie dann ihre Autorität. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Sie verliert sie nicht. Ich mache ein Beispiel. Hier sind viele Eltern. Fächer und bütter. Wir haben Kinder. Meine Kinder sind jetzt nicht hier, wenn ich sie fragen, oder? D destructive, wenn ihr filho ein Feiner ist etwas nicht? Was sollen wirlonen? Sie würden sie sagen nein? Sie würden sie sagen nein. Wir würden sie sagen nein. Er hat viele Fehler gemacht. Meine Kinder haben recht, habe ich nun dadurch, dass ich viele Fehler gemacht habe, keine Autorität mehr. Das heißt also, dass die Autorität, die der Herr der Versammlung gegeben hat, nicht abhängig ist von ihrer Unfehlbarkeit, aber es ist nicht einfach und oft sehr schwierig, einen Fehlbeschluss einer örtlichen Versammlung zu erkennen, in der Regel müssen wir davon ausgehen, dass sie in dem Namen und in der Kraft des Herrn Jesus gehandelt haben, der in ihrer Mitte ist. Wenn das aber offensichtlich nicht geschehen ist, aber wenn das in einem öffentlichen Versammlung ist, ich nehme auch dazu ein Beispiel, ich bleibe einmal in Deutschland zum Beispiel, wenn ich hören würde, dass in der Versammlung Nürnberg, unser Bruder Otto Krauss, an einem Samstagabend zwei Brüder im Wohnzimmer übereingekommen wären, am Sonntagmorgen Schwester X auszuschließen, und sie würden das auch tun, und sie würden das auch tun, ich würde das am Sonntagnachmittag bei uns in Fererdin hören, ich würde das auch hören, ich würde das auch hören, bei uns in der Fererdin, in der Fererdin, das sind etwa drei bis vier Kilometer entfernt, das müsste ich tun, das einfach stillschweigend hinnehmen, das wäre ein ganz großer Fehler, dann würde ich doch am Sonntagabend mit deinem Freund und Bruder Otto oder einem anderen Bruder in Kontakt treten, und würde die Versammlung auf ihren Fehlbeschluss aufmerksam machen, und ich würde das nicht sagen, weil ich das voraussetzte, dass ihr Stuhl, die Einrichtung, das war nur ein Beispiel, aber das war nur ein Beispiel, aber das war nur ein Beispiel, ich zitiere einmal Bruder Kelly in dieser Frage, ich w tej sprawie znowu zasytuje Bruder Kelly'ego, und ich habe diesen Satz auswendig gelernt, er hat einmal gesagt, kein Bruder hat das Recht, das Urteil einer örtlichen Versammlung um Frage zu stellen, aber jetzt passen wir auf, aber jeder Bruder hat die Pflicht, nicht recht, die Pflicht, aber jeder Bruder hat das Recht, aber jeder Bruder hat das Recht, und jetzt verifizieren wir diese Unterschiede, das Recht, oder das Recht, oder das Recht, er hat das Recht, Begründung. Warum habe ich die Pflicht? Dlaczego ja mam den obowiązek? Weil ich zu dem einen Leib gehöre, weil ich zu dem einen Leib gehöre, für den die örtliche Versammlung stellvertretend gehandelt hat. Die örtliche Versammlung hat ja für den einen Leib stellvertretend die Zuchthandlung ausgelegt. Ich bin also ein Glied an diesem Leib davon betroffen. Und darf einen Fehler nicht viel schweig übergehen. Und wenn ich das mache, würde ich dich einer des Leibes leuten. Wenn ich das mache, würde ich dich einer des Leibes leuten. Wenn ich das mache, würde ich dich einer des Leibes leuten. Aber nicht alle Fälle sind zu einfach, wie ich sie so etwas geschützt habe. Aber leider sind nicht alle Fälle so einfach, wie ich sie so etwas geschützt habe. In der Regel ist es sehr schwierig. Eine andere Versammlung ein Fehlurteil nachzuweisen. Aby wskazać innemu Zgromadzeniu, dass sie von einem brennenden Akt zu karnoßen. Und lasst uns vorsichtig sein in diesem Urteil. Wir können diesen Urteil nur fällen, wenn wir wirklich alle Details und alle Vorgänge sehr genau kennen und untersucht haben. In der Regel kenne ich als auswärtiger Bruder die Details in einer anderen Versammlung. A przecież z reguły, ja, jako brat stojący na zewnątrz tego zgromadzenia, nie znam wszystkich detali tak dokładnie. Wer kann die Vorgänge in meiner Familie besser? Wer kennt den Vorgang in der Versammlung Katowice besser? Piotr oder Otto? Wie lebt Sie denn? Noch einmal, sind wir vorsichtig? Wir können nicht das Ota eine Versammlung ablehnen, nur weil es uns nicht schmeckt. Und ich als Einzelperson kann es sowieso nicht abheben. Wenn Zweifel bestehen, dann sollten sich Brüder und Nachbarn der Versammlung aufwachen, dann müssen die Brüder von von ökologischen Gründen und diese Angelegenheit sehen, auf längere Zeit, mit einem absolut gefestigten, begründeten Wörtern. Und es sollte sich dann erweisen, dass es ein Fehlurteil war, und wenn sie dann, wenn sie das Ota eine Versammlung abheben sind, dann werden die Nachbarnung in der Versammlung aufwachen. Dann werden sie dann, wenn sie das Ota eine Versammlung abheben, dann werden sie das Ota eine Versammlung abheben. Dann werden sie das Ota eine Versammlung abheben. Mit der Bitte, dieses Urteil zu revidieren. Mit der Bitte, dieses Urteil zu revidieren. Z prośbą, aby diesen Akt Karności, dokonanen in ihrem Zgromadzeniu, auch dazu braucht es Zeit. Und wenn die Versammlung auf Länge der Zeit ist, sich weigert es zu revidieren, dann wird der Zeit umkommen, wo die üblichen Versammlungen mit dieser Versammlung und keine Gemeinschaft am Tisch des Herrn zu revidieren. Aber bis sich das wirklich erwiesen hat, haben wir als Einzelpersonen sich unter dieses Urteil zu wollen. Dann müssen wir, als Einzelpersonen, alle Zgromadungen, unter diesem Akt Karności, in diesem Zgromadzeniu, müssen wir ihn einfach auswählen. Sollte es wirklich ein Fehlurteil sein, aber wenn es wirklich das falsch ist, in diesem Zgromadzeniu erkenntnis der Herr nicht an, dann das nicht an. Das dürfen wir nicht denken, wenn das der Fall wäre, wenn das der Fall wäre, müssen wir die Versammlung über den Herrn stellen. Der Herr ist nicht fehlbar, aber es ist ein Fehlurteil sein, aber es ist ein Fehlurteil sein, aber es ist ein Fehlurteil sein. Im ist ja dann unrechtlich. Z całą pewnością, w stosunku do niej, dokonano, czy, dokonano niesprawiedliwości. Muss er sich dagegen wählen? muss er in die Opposition gehen? Muss er in die Opposition gehen? Muss er in die Opposition gehen? Muss er nicht sein? Er sollte es nicht tun. Er sollte es annehmen. Dann wird sich der Herr zu ihm bekennen. Er darf lernen von dem Herrn Jesus. Er kann sich dann lernen von dem Herrn Jesus. Denn keinem ist mehr Unrecht geschehen als ihm. Bo żadnej innej osobie nie uczyniono tyle niesprawiedliwości, jak jemu. Und er hat nach 1. Petrus 2 gescholten nicht wieder gescholten. I on według 1. lichu do Piotra 2. rozdział jest napisane TEN, któremu złożeszono nie o złożeszu. Er hat sich dem übergeben, der Recht richtet. Ale oddał samego siebie temu, który sprawiedliwie sądzi. Und das sollte auch derjenige tun, der zu unrecht ausgeschlossen worden ist. Und das sollte auch den, der in der Ereignisse nicht ist. Er darf wie David in Psalm 37, vers 5 sagen. Er darf wie David in Psalm 37, vers 5 sagen. Ich lege diesen Vers. Ich lege diesen Vers. Psalm 37, vers 5. Ich lege diesen Vers. Ich will Jehova deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln und er wird rechtlichkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie der Himmel. Was geschieht mit der örtlichen Versammlung, wenn keine Zucht ausgeübt wird? Ich meine damit, dass Böse ist offenbar geworden, eindeutig. Es ist jemand da, der sich als ein Böse erwiesen hat. Und es ist jemand da, der sich als ein Böse erwiesen hat. Sei es durch Unreihe oder Falsche oder Böse Leere. Wenn die Versammlung ist toll weg, und überhaupt nicht gewinnt ist, den Bösen hinauszuziehen, dann werden sich auch wieder Nachbarversammlungen um sie bemühen müssen, weil sie zusammen den einen Leib finden, und sie werden diese Versammlung aufmerksam machen, damit sie wieder der Heiligkeit des Hauses Gottes entsprechen möchten. Denn der Herr kann seinen Namen nicht verbinden mit offenbarer Ungerechtigkeit, und ich möchte gerne aus dem Alten Testament auch noch einmal eine Parallelstelle dazu anführen. Marjali, Marjali, Marjali. I jeszcze przykoczę ze Starego Testamentu, z Księgi Malachiasza. Samuel 1, vers 10, 10 wiersz. Malachiasza, 1, vers 10 wiersz. Sie haben den Tisch des Herrn verächtlich gemacht, den Altar, ihren Altar. Sie hatten Krankes und Larmes dargebracht. Und Herr muss ihnen sagen, ich habe keine Lust mehr an euch. Ich nehme eure Opfergabe nicht mehr an. Dahin kann es kommen, wenn wir das Böse dulden. Und wenn wir auf Warnungen nicht hören, dann wird der Herr weggehen müssen. Und was bedeutet das für den Einzelnen, für dich und mich? Wenn wir in einer solchen Besammlung bisher unsere Heimat hatten, wenn wir bei dem Herrn bleiben wollen, dann müssen wir auch weggehen. Und dann kommt 2. Timotheus 2. Und dann kommt 2. Timotheus 2. Wenn wir hinweggehen und wir wollen bei ihm bleiben, Dann müssen wir uns wegreinigen von dem, was ihm und seiner Heiligkeit nicht mehr entspricht. Dann müssen wir uns wegreinigen von dem, was ihm und seine Heiligkeit nicht mehr entspricht. Ich möchte, dass es nicht dazu kommt, in den Zusammenhängen, wo wir unsere Heiligkeit haben. Dann wollen wir uns in der Zeit noch etwas mit den milderen Formen, der Zug geschäftigen. Es ist nicht meine Absicht, wenn ich das Recht sehe, sechs Formen, sechs mildere Formen der Zug. Es ist nicht meine Absicht, diese sechs Formen jetzt auch so beteiligt zu betrachten wie Zugtlandung? Ich möchte nur kurz etwas für diese sechs Punkte sagen. Aber noch eine Warnung vorab. Es gibt auch jetzt wieder zwei Gefahren. Die erste Gefahr ist Ihnen, dass wir zu früh, schnell und eilig auswischen. Und ich habe in diesem Eindruck, dass mancher Ausschluss hätte vermieden werden können, wenn wir die milderen Formen der Zug angewandt werden. Es gibt aber auch zwei Gefahren, oder? Aber es gibt auch ein drogenes внимание, dass wir mildere Formen der Zug anwenden, dass wir mildere Formen der Zug anwenden, dass wir mildere Formen der Zug anwenden werden. anwenden, wo ein Ausluss unumgänglich gewesen wäre, wo beiden gewahren werden wir haben. Auch hier gibt es wie in vielen anderen Stellen wieder die beiden extreme. Auch in diesem Fall, wie in vielen anderen Stellen, können wir für eine ekstremalte Anwenden. Und immer, wenn wir extrem werden, handeln wir aufpassen. Und immer, wenn wir extrem werden, handeln wir aufpassen. Nun die erste, mildere Form der Zug möchte ich als einen Brüderlichen Zug bezeichnen. Oder Zug unter Brüdern. Ich lasse sie jetzt mal nicht vorlesen, sondern sage sie mal so. Ich schildere das mal. Ich muss sofort etwas anderes sagen, oder? Ich muss sofort etwas anderes sagen, oder? Oh, eben nicht. Właśnie, dass nicht. Ich muss warten, bis dieser Brüder mir einmal zu fußig liegt. Ich sitze auf meinem Hohenzockel und wenn er dann kommt, dann kann ich ihm ja vorgeben. Ich sitze auf dem지 was der Geburt und innen gegräutung. Ich schildere mich nicht. Ich werde so sehr, sehr schön in meinem Hohenzockel und erwartet. Ich werde so sehr wie ganz. Ich gehe aus dem Hohenzockel und wierden Bedeutung. Ich bin zu dem Hohenzockel und weiß. Ich bin ich da nicht mehr da. sondern dann geh du hin. Aber wir sind in der Beobachtung? Nicht. Dann geh du hin. Nicht warten bis er kommt. Nein, du musst warten, bis er kommt. Warum soll ich ihn nicht? Warum soll ich ihn nicht? Warum soll ich ihn nicht? Weil ich ihn lieb habe. Bo ja ihn liebhe. Die Liebe des Herrn Jesus treibt mich, ihn zu gewinnen. Ich kann nicht länger zusehen, dass er unglücklich ist. Ich gehe hin, wie steht es hier. Um ihn zu überführen. Zwischen wir und ihm allein. Ganz allein unter vier Augen. Aby go przekonać o tej sprawie, pomiędzy mną a nim, całkowicie w samotnachstu. Und wenn du es erreicht hast, dann hast du einen Bruder gewonnen. A wenn du es erreicht hast, dann hast du einen Bruder gewonnen. Ja, ein wie den Unterschied? Hier steht nicht, dann hast du einen solchen gewonnen. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich habe einen Bruder gewonnen. Wir haben diesen Weg gewählt. Ich möchte, dass wir diese Weg nicht gewählt haben. Und weil wir diesen Weg nicht gewählt haben. Und weil wir diese Weg nicht gewählt haben, haben sich viele Dinge entwickelt. Und später vielleicht einen Ausfluss möglich gemacht. Wir hätten das verhindern können. Und wir können, wenn wir den Brüder nicht mehr auskennen, wenn wir diese Brüder nicht mehr auskennen, wenn wir diese Brüder nicht mehr auskennen, dass wir diese Brüder nicht mehr schützen können. Aber wir können jetzt weiter machen. Wenn ihr nicht auf dich hört, wenn ihr euch nicht hört, nehmen wir noch ein oder kleine, gehen wieder hin. Vielleicht gehen wir noch drei, viermal hin. Das ist nicht begrenzt hier. Und erst wenn ihr auch die Brüder nicht hört, dann sage ich die Erwärmung. Dann sage ich die Erwärmung. Przedtem nicht. Wie kann ich die Erwärmung auf der ganzen Nähe sagen? Wie kann ich die Erwärmung auf der ganzen Nähe sagen? In der Erwärmung sagt man es. Und jetzt kriegt die Erwärmung in Erscheinung und er mag ihn auch noch. Und wenn er auch auf die Erwärmung nicht hört, wie ein Brüder nicht mehr, dann ist er immer noch nicht ausgeflogen. Dann wird er noch nicht mehr verletzt. Sondern dann habe ich zunächst mal mit ihm keinen Ungarn mehr. Dann habe ich von ihm keinen Ungarn mehr. Dann habe ich bei ihm keinen Ungarn mehr. Dann habe ich ja nie mit ihm keinen Ungarn mehr. Diese Stelle zeigt, dass ich persönlich mit einem Brüder, der noch mit mir die Brüder nicht mehr, keinen Ungarn mehr haben kann, obwohl er noch das wurde. Aber dieser Zustand kann nicht zugreifen. Er entwickelt sich weiter. Und wenn er sich weiter zum Bösen entwickelt, dann muss die Versammlung in der Aktion ihn eventuell erbinden. Und das ist auch schon. Und wenn er sich zum Bösen entwickelt und er tut Bösen, dann muss die Versammlung nicht bringen. Dann kann sie ihn lösen. Das heißt, von der Sünde dreischwechen, und er nimmt beide am Bruchflächen teil, ohne dass er ausgeschlossen wird. Und daraus erkennen wir, dass es auch fette gibt, und von der Versammlung ist ein Bösen. Und das ist das Bösen. Und das ist das Bösen. Und diese Angelegenheit hat die Versammlung ins Bösen gebracht. Und das ist der Bösen. Und die Hilfe und Abhängigkeit des Herrn im Bösen muss bekommen. Und der Regel zu dem Bösen ist ein Bösen ist ein Bösen. Und das ist der Bösen Qualite 1. Und deswegen, Galaxian 6.1. Galaxian 6.1. Galaxian 6.1. Galaxian 6.1 Galaxian 6.1 Galaxian 6.1 Galaxian 6.1 Galaxian 6.1 Galaxian 6.1 Galaxian 7.1 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 Und das wird die Regel sein. Die Regel wird es so sein, dass ich in eine Sünde fahre, bevor ich, nein, dass ich, bevor ich in eine Sünde fahre, schon vorher mich von den Herrn abgewacht habe. Das bedeutet, dass ich in den Brzeh kam, als ich in den Brzeh war, als ich in einem Schlecht bin bin. Und dann machte ich den Brzeh und dann, wie ich in den Brzeh war. Und dann, der Fall, wie ich in den Brzeh schreie, das würde mich in den Brzeh verändern, als ich das in der Brzehung schreie. Hier ist das in der Brzehung. Hier wird ein Mensch von einer Friedrich über all. Das kommt plötzlich über ihn. Und er hat in diesem Moment keine Kraft zu widerstehen. Es ist noch kein böse Zustand vor ihm. Und in diesem Fall sind die Geisten, die ich jetzt einmal als Feder in Christus. Ein solcher, zu rechtweisiger Geist versammelt. Ich hoffe, dass es hier in Katowice auch Geist ist. Ich hoffe, dass hier in Katowice auch Geist sind. Sie sehen vielleicht, dass jemand, ein junger Bruder oder eine junge Schwester von einem Hirten übereinst. Ich hoffe, dass es hier in der Schule gibt. Może właśnie tacy bracia zauważają, że jakiejś osobie ze zgromadzenia, może jakiejś młodej siostrze czy młodemu bratu przydarzył się przypadek, że właśnie zostali zaskoczeni przez jakiś grzech i wpadli w ten grzech bezwcześniejszego złego stanu duchowego. To wtedy braci, bracia czy brat nie muszą to objawiać na rodzinie bratełskiej. To wtedy pobudza się w ich wnętrzu serce ojcowskie i wtedy ojciec służy w miłości temu upadłemu dziecku. Ja myślę, że i również ta służba bardzo często rzadko jest wykonywana. Eine dritte mildere form, trzecią łagodną formą karności, jest oficjalne napomnienie. Dawor lesen wir na Gana. In 1. Timoteus 5 O tym czytamy w 1. liście Tymoteusza, 5. rozdział. 1. Timoteus 5, vers 19, 20. 1. Timoteus 5, vers 19, 20. Es gibt Sünden, die in der Öffentlichkeit stehen sind und die so ernst in der Natur sind, dass dadurch der Jesus verumiert worden ist, dass er in der Versammlung vor allem diese Sünde bezeichnet wird. Einmal, damit er selbst merkt, die Versammlung wacht über die Heiligkeit des Hauses, und es sollte ihm zur Umkehr helfen, und zweitens sollen auch die übrigen Geschwister erkennen, dass man nicht zündigen kann, ohne die Behandlung von Seiten der Versammlung erwarten zu müssen. Das ist wichtig, dass die Behandlung von den Zauberen, dass es nicht möglich ist, dass es nicht möglich ist, nicht auszweifizieren, von den Zauberen, von den Zauberen, Auch die Führerschen. In ähnlicher Weise. Aby nie zgrzeszyć w podobny sposób. Einsammer. Tak, o wiele bardziej. To będzie służyło mojemu Natalieniu. Aufgrund dieses Tages. Kurze zu tun. Aby po otrzymaniu tej nagarnie spokrykować. Als unter Umständen späte. Nausgetan werden. Nies. Gdyby to się rozdział. Dalej potem. Być wyłączany. Ein. Fetter. Eine fette Form der Zucht. Wartą Formą wykonywania. Karzanski jest. Haben wir. Zweite Gesalunikę III. Rozumiemy. Z drugiej Niszy. Do Gesalunikę III. Dies bitte. Vers 14. und 15. Vers 14. und 15. Z drugiej Niszy. Z drugiej Niszy. Trzeci rozdział. 14. und 15. Wielki. A jeśli ktoś jest niepospuszny Słowu Naszemu. W tym liście wypowiedzianemu. Patrzcie na Niego i nie przestawajcie z Nim. Aby się on zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieczyniaciela. Lecz napominajcie jako Brata. Es gab in Thessalonich brüder, die unordentlich wandelten. Das waren solche, zu diesem Jahr 11, die haben nichts mehr gearbeitet. Nicht weil sie krank waren, sondern weil sie faul waren. Sie wollten nicht alle. Und andere mussten für sie sorgen, ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie waren erwart worden, aber haben nicht gehört. Und auch durch den ersten Thessalonicher Weg sind sie nicht umgekehrt. Räumlich po otrzymaniu pierwszego Lichtu do Thessalonicher nie zaproszten. Und Paolo sagt mir jetzt, einen solchen, den müsst ihr bezeichnen. A Paolo im teraz mówi, w drugim liście, takich musicie naznaczy. Das bedeutet, ihr müsst ihn bekannt machen. To oznacza, że musicie ich ogłosić. Und ihr dürft keinen Umgang mehr mit ihnen haben. I nie możecie mieć z nimi kontaktów, łączności. Ähnlich wie in 1.9.5. Und doch nicht genauso. A jednak nie tak dokładnie, tak samo. Wo liegt der Unterschied? Hier steht, dass man noch hingehen sollte, um ihn als Bruder zu ermahnen. Hier steht in 1.9.5. Das können wir bei einem Aufschluss noch nicht mehr tun. Tego nie możemy czynić. Hier dürfen wir ihn aussuchen und nach wie vor den Lehren ermahnen wir um. hier steht in 1.5. Hier haben wir vom «Ai, wie auch nicht mehr.» Hier steht im considerations. Hier steht, dass ihr heute fr拜拜 sind, und da aber nicht mehr bmetro. Hierする zwei und gewonnen werden, damit er nicht ausgeschlossen wird, das ist ein Zeichen. Das ist eine Fünfte Form, in Nr. 16. Das ist eine Fünfte Form, im Nr. 16, 17-18. Hier haben wir Brüder, die entgegen der gesunden Lehre, die wir gelernt haben, hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief gesprochen, hier geht es um andere Lehre, hier geht es um andere Lehre, hier geht es um andere Lehre, sie bringen Gedanken gut in die Mitte der Versammlung, wodurch spaltung entsteht. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief haben. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief, die mit dem Zweig-Johannesbrief machen. Hier haben wir mit dem Zweig-Johannesbrief moderierung. Hier kommen wir in der Sechsten Formen. Der sieht man sich als Gründer. Die zweite Form von方fragen. »Bildo Streich« Das ist hier richtig. Der Titel ist jetzt hier. Der Titel ist hier. »Bildo Streich« 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 In diesen beiden Versen haben wir eine Steigerung von dem, was wir in Römer 16 begann haben. In Römer 16 haben wir von solchen gehört, die zwei Spalt anrichten, also Spaltung machen. Hier hören wir von solchen die Parteien, die Sektenbildung betreiben. Das ist nicht genau dasselbe. Spaltung machen bedeutet, in die Mitte der Gläubigen zu feine Haarlese hineinbringen. Das ist nicht nur eine bestimmte Wahrheit oder eine bestimmte Person, Menschen abschneiden. Zu diesem anderen Mittelpunkt, als Christus ist. Das ist ein Mensch, der vielleicht eine Bibliche Wahrheit, oder eine Person zum Mittelpunkt des Zusammenkommens macht. Dann ist der Mittelpunkt nicht mehr Christus. Dann ist der Mittelpunkt nicht mehr Christus. Sondern das andere. Und Menschen, die dieses Werk treiben, die sollten nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung abgewiesen werden. Das heißt, in ihnen gibt es keinen gemeinsamen Weg. Das bedeutet, dass wir mit ihnen nicht mehr mit einer gemeinsamen Weg sind. Das muss nicht mehr sein. Das muss nicht mehr sein. Das muss nicht mehr sein. Das muss nicht mehr als wirklich bunt. Und dort müssen wir uns auslöschen. Und hier sind wir uns auslöschen. Auch Titus 3 ist kein Auslöschen. Auch Titus 3 ist kein Auslöschen. Auch Titus 3 ist kein Auslöschen. Genauso wenig wie Leuwer 16. Genau so wenig wie Leuwer 16. Und doch wird klar, dass es mit diesen Menschen keinen gemeinsamen Weg gibt. Und wir handeln nicht lieblos. Und wir handeln nicht auslöschen. Wenn wir solchen sektierischen Menschen gegenüber, wenn wir solchen sektierischen Menschen gegenüber, aus Liebe zu den Herrn und seinem Wort, den hier beschriebenen Standpunkt einnehmen. Wenn wir solche Wurkommnisse in unserer Bitte wahrnehmen und feststellen, wenn wir solche Wurkommnisse in unserer Bitte wahrnehmen und feststellen, solche Menschen in unserer Bitte wahrnehmen und feststellen, wenn wir solche Wurkommnisse in unserer Bitte wahrnehmen. Und wir schliessen in unserer Bitte, mit unserem Herrn und meiner Garnen, in der Liebe zu unserem Herrn, mit seiner Liebe zu unserem Herrn, mit seiner Wortfolgen, Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Glückwunsch der Heiligen Einzug haben. Die eine oder andere Frage kann ich Ihnen selbst und wir uns sagen. Biedne Cyganie umieram i wraz, wießt słyszy słodko, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne Cyganie umiera i wraz, wießt słyszy słodko, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O tak to prawda Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik Kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci Jezu chłopięcia drży głos, a ja mnie wiedział jak szczęsny mój los. I szepce o zbawcy błogątem wieść, trzeba co rychlej i winnym też nieść. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, niejeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O któż im powie, że kocha ich Bóg. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, on kocha i was. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganiem umiera i wraz, wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O tak to prawda Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci Jezu, chłopięcia drży głos, a ja mnie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy Błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Niech wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało do nich zbliżyć się Bóg. Wołajcie wszystkich dopóki jest czas. Pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganiem umiera i wraz, wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się Jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik Kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był z swoich win. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałasz Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a ja mnie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepcę o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, niejeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało do nich zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz, wieś słyszy słodkom, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się mnie gorwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik Kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci Jezu, chłopięcia drży głos, a ja mnie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i winnym też nieść. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg. By każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas. Pójdźcie do zbawcy, on kocha i was. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwalimy Cię Panie, sławimy Cię chętnie, godzienę się wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłe swe dzieło, i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu, uniżyć się, wypełnić aż do końca. W pokorze wolę Ojca. Uzbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze, i bóle sam znosiłeś. W modryt Twej usłyszał Bóg, żalliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam, dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. Boże Ciebie wysnajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą. Po prawicy na Twym tronie siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie Tyścio uwieńczony, w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch. On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała, po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności, godzien jesteś, przyjąć cześć. Ach, któż może chwalić godnie Wielki Boże tutaj Cię, O dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogo temu, kto Cię czci. Bogo temu, kto Cię czci. Ach, któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn. Uwolniłeś nas od winy, za nas martwój, miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogo temu, kto Cię czci. Bogo temu, kto Cię czci. Bogo temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, Któż tu pojmie Boże nasz. Choć zapomni Matka Dziecia, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogo temu, kto Cię czci. Bogo temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię. Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe. Chwał tak godzien jesteś Chwały Ty, Bogo temu, kto Cię czci. Bogo temu, kto Cię czci. Twe imię, Jezu, nie zrób nane, Pociechy pełne jazd i łask. Anioły kulnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty, I w Tobie dopełnianiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, Móc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, Co łaska Twoja sprawia w nas? Co mamy, czym staliśmy się? Znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja, Tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli, Od Ciebie sływasz czodrze tak. Gdy nam odmawiasz czegoś tym, To w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, Świat nie da nam spoczynku. Nie, Tyś tylko pełnią błogosławieństw, Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, Na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, Moc, mądrość, Przez się wywyższenie, Nasz pojednak, co Jezu brzmią, To i tak umiłowani, Zanoszą dziękczenienia w domy. Baranku za ofiarę Twą, Poszedłaś za nas w grób, Już przejadnany Bóg, Wszystkie grzechy omyłaś Ty, W swej świętej krwi, Przed Bogiem czyści jesteśmy. Baranku tynia winny, Na krzyżu zawieszony, Umarłeś za nas winny, Zalżony i wskardzony, Byliśmy bez pociechy, Poniosłeś wszystkie grzechy, Cześciwy, Wysławiony Jezu. Ty za nas tak cierpiałeś, Nas z Bogiem pojednałeś, Zbawienie wywalczyłeś, I łaską uwieńczyłeś, Więc wszyscy się cieszymy, Z pieśniami radosnymi, Przed Tobą sławiony Jezu. Słowo Tyś jest od beczności, Światłem i miłością nam, Wszystko co jest we wszechświecie, Jest wspaniałym dziełem Twym, Wszystko jest przez Cię stworzone, I dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie, Niesie wciąż błogosławieństwo, I bez pustych amoreje. Amen woła lud zbawiony, Przez Twą krew wykupiony. Cierniową koronę włożono na skronie, Jezusa naszego obywawcy, Był by Ty męczony, Od ludzi zwężonych, Od Boga swego opuszczonych. To jest moja wina, Co Pana skłoniła, Zbawianie wykonując miłości. Swą miłość nam dałeś, Dlatego cierpiałeś, Zbawianie grzesznikom przyniosłeś, Niech mi uwielbienie, Cześć i wywyższenie, Niech będzie Ci Pania na wieki. Wysławiam Cię, Na ziemię tu stąpiłeś, Szukałeś mnie, Od śmierci mnie zwolniłeś, Więc widzę życie, Widzę Jezu Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, W CGI, W estan seriftowo, Widzę Jezus Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Krew za mnie swą przelałeś, na krzyżu grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Pokojem obdarzyłeś, Sprawiedliwości sąd mój zakończyłeś, więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Choć jeszcze tu przebywam, Pokoju Tego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepieniem, mam pokrzepieniem, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię, Wysławiam Cię. Widzę, Jezu, Cię. Wysławiam Cię. Wysławiam Cię. O Jezu, nasz baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty, od ziemi podwyższony. Poszedłeś dla nas w śmierć i grob, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był zbudzony. Nic kuby nam nie może nieść. O Jezu, dzięki Ci cześć. Twój zabrał się szczęśliwy Rad, złączony przy Twym stole tu, zaprosząc Twej miłości. Przez kielichtem i chleba znak, Twą, Panie, śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci cześć. My Ojcze Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas. We wszystkich świętych rzędzie, tak obrzmieć już będzie. Tak dziś, jak miłego, wieczny czas. Któż serca Twe zrozumie, kto wznaś Twą miłość umie, Jeśli te dzieci Twe nie mogą opowiedzieć, Nie o tym szczęściu wiedzieć, Aniołów wielkie ludówstwa te. Aniołów w niebie, bez przerwy słowują Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi Za cenę Jezusa o tej krwi. Tyś ludzi z świata wygrał, Za dzieci swych przybrał, Choć w grzechu żyli w żółt. Wyrwałeś ich z ciemności Ku cudnej swej światości Dla czczenia Syna tego cenu. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzmiesziesz sobie Do wspaniałości Twej. Do wspaniałości Twej. Do wspaniałą Ciebie Do wspaniałą Ciebie Do wspaniałą Ciebie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, 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 nein. Nie, nein, 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 nein. Nie, nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Miłaś łaskę swą zwiastuje, by do chwały swoich znieść. Świętego sprawiedliwego Boga w pełni uczcił Syn. Rzekł mu, bądź po mej prawicy, siedzi więc na wieki z Nim. Ojciec dał mu Jego chwały, my cieszymy się już w Nim. Bogu Ojcu nieśle chwałę za cudowną radę tę. I Jezusa uwielbiamy za największą miłość swą. Chwała, cześć i dzięki temu, który wyniósł Cię na trój. Muzyka 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 Życie wieczne i zbawienie, od wiecznej śmierci uwolnienie, przeniosłeś światłość wieczną nas. Ty dałe za nas dół, krew swą na krzyżopniu, wierny Zbawco, dziękujem Ci. Niech serca brzmi na wiek i wieczne chwała Ci. Niech serca brzmi na wiek i 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 wiek. Wielkie prawa zastrzeżone. Panie mój, Jezu mój, w Tobie już mam pokój swój. Czyś pociechą, mow podróży, żaden ucisknie nie znuży, ani troska, ani znój. Ani troska, ani znój. Jezu mój, serce my bardzo pragnie ujrzeć Cię. Kiedyż pójdę już do Ciebie, by przebywać z Tobą w niebie i w oblicze patrzeć Twe. Wkrótce już Panie nasz sam oglądać mi się dasz. Co za radość dla mnie będzie, gdy zbawiony w swoich rzędzie. Ujrzę Twoją świętą twarz. Co za radość, błogi los, gdy usłyszę ja Twój głos. W niebie wszelkiej bólu stanie. Tam wciąż będę z Tobą, Panie. I u niebie w Ciebie w głos. I u niebie w Ciebie w głos. Pieśń 156 Krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, wolnym ja. Z wszystkich grzechów uwolniony jestem ja, jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. On mi z łaski i miłości wolność dał, wolność dał. Żywot wieczny i zbawienie On mi dał, On mi dał. Drogą mą i odkupieniem On się stał, On się stał. On zmarł za mnie, zmarł za Ciebie, On za wszystkich zmarł. A kto wierzy, temu daje życia dar, życia dar. Z Jego Ducha odrodzony jestem ja, jestem ja. W dziecko Boże przemieniony jestem ja, jestem ja. Panu chwała, wieczna chwała, że On za mnie zmarł. Panu chwała, wieczna chwała, wolnym ja, wolnym ja. Pięknyś Ty, Pięknyś Ty, kraju górny mój, Kupo pierwia się serca na i tęsknych myśli rój. Przapnieje świat, Ojczyzno mój, Choć wabi życia mój. Tam w kurze, gdzie się gwiazdy śnią, Jest mój ojczysty kraj. Tam w kurze, gdzie się gwiazdy śnią, Jest mój ojczysty kraj. Wznuszam wzrok, tęskny wzrok, Do niebieskich swój. Gdzie odkupiony wiara jest, Przez rodzy świętą krew. Tu częsty bój i skwar nad mi, Zburzyły życia ciąg. Wdzięk świata wciąż wyciska mi, Żałosny z piersi wiek. Krótce już skończy się, Do świadczenia czas. Już my wejdziemy w górny dom, Gdy stąd Pan weźmie nas. Nie chwycił jeszcze żaden słuch, Nie dostrzeg ludzki zrok. Nie boją śmiertelnika duch, Co swym zgotował mógł. Lecz nam objawił święty duch, Co swym zgotował mógł. Bóg muzanki duch, Co swym zgotował mógł. Uwagodzenia w górny krew. Wskazuj w górne. Wskazuj w górne. Wskazuj w górny. Bóg muziki duch. Wskazuj w górne. Wskazuj w górny. Górne. Wskazuj w górne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zbawcuję, że mam wielbić Cię, ma serce bohła, wieczną Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzieneś Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, Ty w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Zbawcuję, że mam wielbić Cię, zbawcuję, że mam wielbić Cię, ma serce bohła, wieczną Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Dziękujemy. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Duszą, siłą, nową dniem Całe życie Twe odnowi Tylko w Nim ufa Niezuz Kogo bowiem On uzdrowi Ten na wieki zdrowy już Chrystus Pan leczy sam Póki łaska Jego trwa Leczy On, leczy On Wszystkim chorym zdrowie da Póki łaska Jego trwa 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 Amen. 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 To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś kriąd dla Boga lud. Niech Jezu brzmi, dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa. Przez miłość Twą życie dał nam, a serca drzą. Godzien jesteś Ty, godzien jesteś, godzien, godzien jesteś, godzien. Ach Jezu nasz godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś kriąd dla Boga lud. Niech Jezu brzmi, dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien ty, godzien jesteś, Ty, Tyś Jezusa. Przez miłość Twą życie dał nam, a serca drzą. Godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś, godzien jesteś. Godzianness Ty, Godzianness, Godzianness, Godzianness Ty, Godzianness Ty. Godzianness. 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 To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś krion dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa. Przez miłość Twą życie dał nam, a serca drzą godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzien, godzienaś Ty, godzien. A Jezu nasz godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś krion dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzienaś Ty, Tyś Jezusa. Przez miłość Twą życie dał nam, a serca drzą godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzien, godzienaś Ty, godzien. A Jezu nasz godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty, godzienaś Ty. A Jezu nasz godzienaś Ty. A Jezu nasz godzienaś Ty. A Jezu nasz godzienaś Ty. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, ten przebywa w cieniu wszechmocnego, mówi do Pana ucieczko i twierdzo moja, Boże mu, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy On wybawi Cię. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika Nie ulegniesz się strachu mocnego Ani strzały lecącej za dnia Ani zarazy co graseluje w ciemności Nie ulegniesz się strzały lecącej za dnia Ani moru co poraża w południe Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Do Ciebie to jednak się nie przybliży Na własne oczy użyłeś i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją Najwyższego uczyniłeś swą ostoją Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu Twego Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu Twego Albowiem aniołom swoim poleci By Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich Na rękach nosić się będą Byś nie uraził o kamień nogi swojej To on wybawi Cię z sidła ptasznika Od głównej zarazy On wybawi Cię To on wybawi Cię z sidła ptasznika Od głównej zarazy On wybawi Cię Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu Twego Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię złego I plaga nie zbliży się do namiotu Twego Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię Nie dosięgnie Cię Nie dosięgnie Cię Nie dosięgnie Cię Nie dosięgnie Cię